»Ich bin umwerfend schön, vielleicht sogar ein Hundeprinz, inkognito«, dachte Lumpi mit einem Blick auf den struppigen, kaffeefarbenen Köter, der mit einem zufriedenen Gesicht durch die Tiefen des Spiegels stolzierte. »Es ist durchaus möglich, dass meine Omi eine Liaison mit einem Neufundländer hatte. Nicht umsonst sehe ich auf meiner Schnauze einen weißen Fleck«, fragt sich, woher er denn sonst stammen soll. »Wieso hast du Mistkerl den Uhu zerfetzt? Hat er dich irgendwie gestört? Hat er dich irgendwie gestört?«, frage ich. »Wieso hast du Professor Metchnikow zertrümmert?« »Philipp Filippowitsch, man sollte ihm mit der Peitsche eine kräftige Abreibung verpassen, wenigstens ein einziges Mal«, sprach Sina empört, »bevor er sich hier so richtig gehen lässt. Da schauen Sie doch, was er mit Ihren Galoschen angestellt hat.« »Niemand bekommt hier eine Abreibung«, sagte Philipp Filippowitsch aufgeregt. »Merk es dir ein für allemal. Auf Menschen und Tiere kann man nur sehr behutsam Einfluss nehmen.« »Wurde er heute mit Fleisch gefüttert?« »Jesse, er hat das Haus leer gefressen. Dass Sie überhaupt danach fragen. Ich staune, dass er noch nicht geplatzt ist.« »Na, dann lasse er es sich schmecken.« »Den Uhu noch heute zum Präparator schicken. Außerdem nimm hier acht Rubel, sechzehn für die Tram, fahr zum Muir und kauf ein Halsband mit Kette.« Am nächsten Tag bekam der Hund ein breites und glänzendes Halsband verpasst. »Ein Halsband ist fast wie ein Aktenkoffer«, witzelte Lumpi vor sich hin und folgte, mit dem Hintern wackelnd, in die Belletage, wie ein vornehmer Herr. Unterwegs durch den Flur hörte Lumpi in Philipp Philippowitschs Kabinett unangenehm und unerwartet das Telefon schrillen. Philipp Philippowitsch hob den Hörer, horchte und wurde gleich rege. »Bestens«, erklang seine Stimme, »bringen Sie ihn auf der Stelle hierher, auf der Stelle!« »Wie lange ist er tot?«, rief er aus. »Sat drei Stunden«, antwortete Bormental, ohne die verschneite Mütze abzunehmen, und öffnete den Koffer. »Sieh da! Daria Petrovna schmeißt sich ans Telefon, schreibt jeden auf, nimmt keinen dran. Du wirst gebraucht. Dr. Bormental, ich flehe Sie an, schnell, schnell, schnell!« »Lumpi, nichts! Geben!«, dröhnte ein Befehl aus dem Untersuchungszimmer. »Von wegen! Der tut doch eh, was er will! Dann eben wegsperren!« Und Lumpi wurde ins Bad gelockt und da selbst weggesperrt. »Wozu brauchen die mich dort?«, dachte er ahnungsvoll. »Die Seite ist doch längst wieder verheilt. Ich verstehe rein gar nichts mehr.« »Sieh na! Das Halsband!«, raunte Filip Filipowitsch. »Und beruhige ihn!« »Los, Doktor, nun machen Sie schon!«, sagte ungeduldig Filip Filipowitsch. In der Luft hauchte es streng und süß. »Auf den Tisch mit ihm!«, rumste von irgendwoher die heitere Stimme Filip Filipowitschs und verplätscherte in orangenen Strömen. Auf dem schmalen Operationstisch lag ausgebreitet der Hund Lumpi, und sein Schädel pochte hilflos gegen das weiße mit Wachstuch bezogene Kissen. Sein Bauch war geschoren, und Doktor Bormental, schwer atmend und hetzend, fraß sich mit der Schneidemaschine ins Fell hinein, während er Lumpis Schläfen rasierte. Filip Filipowitsch hielt die Handflächen gegen die Tischplatte gestützt, folgte mit den Augen, glänzend wie die Goldfassung seiner Brille, der gesamten Prozedur und redete unruhig. »Ivan Arnolowitsch, die entscheidende Phase beginnt, wenn ich in den Türkensattel eindringe. Sie müssen mir unverzüglich die Hypophyse reichen. Und sofort, hören Sie, sofort nähen!«, Unter dem geschorenen Fell leuchtete die helle Hundehaut. Bormental stieß die Maschine beiseite und bewaffnete sich mit einem Messer. Er seifte den wehrlosen kleinen Kopf ein und begann, ihn zu rasieren. Anschließend rieb der Angeknabberte den Kopf mit einem feuchten Benzinbüschel ab, breitete den nackten Hundebauch aus und sagte atemschöpfend, »Und das war's.« Sina öffnete den Hahn über der Spüle und Bormental wusch sich rasch die Hände. »Werde ich noch gebraucht, Philipp Philippowitsch?«, fragte sie mit schiefem Blick hin zum rasierten Hundekopf. »Nein, du kannst gehen.« »Nun denn, Gott steh uns bei, das Messer!« Bormental nahm vom strahlenden Haufen auf dem Tisch ein kleines gewölbtes Messer und reichte es dem Priester. Dann aber legte er die gleichen sakralen schwarzen Handschuhe an. »Schlaf stabil?«, fragte Philipp Philippowitsch. »Schlaf stabil.« Philipp Philippowitsch langte ein zweites Mal zu und beide begannen, Lumpis Körper auseinanderzuziehen, mit Haken, Scheren, irgendwelchen Klammern. Die Samendrüsen wurden anstelle der Lumpischen angenäht. »Doktor, die Haut sofort vernähen!« »Ganze vierzehn Minuten hat das gedauert!«, zischelte Bormental durch die Zähne und biss sich mit der krummen Nadel in der zartblassen Haut fest. »Das Messer!«, schrie Philipp Philippowitsch. »Den Trepan!« Der Pulsschlag sinkt rapide. »Und nun hinunter zum Turkensattel!« knurrte Philipp Philippowitsch und presste mit den blutig-glitschigen Handschuhen Lumpis grau-gelbes Hirn aus dem Kopf. »Ins Herz!«, erkundigte er sich feige. »Dass Sie noch fragen!«, brüllte aufgebracht der Professor. »Er ist doch unter Ihren Händen schon fünfmal gestorben! Stechen Sie zu!« Der Doktor versenkte schwungvoll und leicht die Spritze mitten im Herzen des Hundes. »Er lebt!« »Er lebt!« »Aber nur gerade soeben!«, flüsterte er schüchtern. »Keine Zeit zum Philosophieren, ob er lebt oder nicht!«, keuchte der furchtbare Philipp Philippowitsch. »Ich bin jetzt im Sattel! Er stirbt doch eh! Zum Teufel noch mal!« »Zug des Niles Heigen! Los, die Hypophyse!« Und Bormental übergab ihm die Dose, in deren flüssigem Inhalt an einem Faden dieses weißliche Knubbelchen zappelte. Mit einer Hand packte Philipp Philippowitsch das zappelnde Knubbelchen, mit der anderen schabte er unter Zuhilfenahme einer Schere irgendwo in der Tiefe zwischen den zwei gespreizten Halbkugeln ein Gleiches heraus. »Lumpis Knubbelchen«, schmiss er auf einen Teller, das neue führte er ins Hirn ein, zusammen mit dem Faden und seinen kurzen Fingern, die auf schier wundersame Weise feingliedrig und elastisch wurden, und war so flink, es dort mit dem Bernsteinfaden festzuschnüren. Er entfernte aus dem Kopf Klemmen und Klammern, schob das Hirn in die knöcherne Schale zurück, kippte nach hinten und erkundigte sich, bereits etwas ruhiger geworden. »Er ist tot, nehme ich an.« »Der Puls ist hauchdünn«, erwiderte Bormental. »Noch mehr Adrenalin!« »Nähen!« In knapp fünf Minuten flickte Bormental wieder alles zusammen, wobei er drei Nadeln brach. Sina zeigte sich an der Türschwelle, abgewandt, um Lumpi im Blut nicht sehen zu müssen. »Eine Zigarette für mich, Sina, sofort! Dann frische Wäsche und ein Bad!« Er legte sein Kinn auf den Rand des Tisches, öffnete mit zwei Fingern das rechte Hundelied, blickte ins fraglos sterbende Auge und sagte, »Verdammt! Der Kerl ist nicht tot zu kriegen, stirbt aber trotzdem. Tja, Dr. Bormental, schade um den Köter. Er war ein ganz Treuer, dieser Schlawiner.« Er war ein sehr, sehr, sehr cool. Er war ein ganzes Kinn. Er war ein ganzes Kinn. Er war ein sehr, sehr uchne. Jesus, der hat sich in die Hölle bei Chines, er war ein ganzes Kinn. Er war ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank.